Hallo zusammen, servus. The Walking Dead ist mal wieder unterwegs. Es ist Mitte Oktober und ich mache heute einen kurzen Abstecher hier in den Wald. Fällt euch was auf? Fällt euch nichts auf? Ich bin zu hören, obwohl ich so weit weg bin. Und zwar habe ich hier auf der Seite, das Kabel nach oben fehlt, noch muss ich mir noch besorgen, mir ein externes Mikrofon gekauft, und zwar das Tascam DR05, in der Hoffnung, dass in Zukunft der Ton ein bisschen besser ist. Heute ist es windstill, ansonsten, gerade vor Windgeräusche und sowas, war es ein bisschen schlecht zu verstehen. Vielleicht verbessert sich dadurch. Ich habe es jetzt mal gesehen. Ich zeige es euch mal. Deswegen wird es jetzt auch ein bisschen rauschen und knackseln. Da ist es. Mit dem werde ich jetzt mal in Zukunft hier ein bisschen versuchen, den Ton zu verbessern. Mit so einem schönen Ruschel drauf. Da kann man ab und zu mal Gasse gehen damit. Ja, und der goldene Herbst ist da und ich mache mich heute mal nochmal auf den Weg in den Wald. Ich war letzte Woche schon mal um noch ein paar Schwammerl zu suchen, also Pilze. Und zwar in dem Fall Maronen. Das sind nämlich die einzigen, die ich sicher erkenne. Als andere ist mir einfach zu gefährlich. Ja, und vielleicht finde ich ja ein paar noch jetzt, so Mitte Oktober. Also, hier ist mir einfach zu verschen. Du bist so glücklich. Ich würde lachen, Fluke überraschte. Ja, ich bin jetzt! Ich würde nichts sagen, ich würde es wissen. Ich würde es wissen, ein paar Minuten. Ein bisschen von mir분, ich würde es nicht sehen. Ja, es wäre so ein paar Minuten. Ich würde es sagen, wenn es deine Zareis war. Ich würde es nicht sehen, wie ein paar Minuten. Ich würde es nicht sehen, wenn es das ist. Ja, Pilze gibt es ja eine Menge hier, allerdings, egal wie es ausschaut, wenn man sie nicht kennt, Finger weg. Vielleicht gibt es uns hier den ein oder anderen Pilzliebhaber und Pilzkenner, der sagt, mein Gott, was lässt du denn da stehen? Das ist ja der Mercedes unter den Pilzen. Naja, mir egal, ich gebe mich auch mit dem Golf ab. Ja, Pilze gibt es ja hier wie Sand am Meer. Das Problem ist halt nur, man muss sie auch kennen. Und auch wenn es immer heißt, man kann jeden Pilz essen, aber man kann ja nur einmal essen. Und da bleibe ich dann doch lieber bei dem, was ich kenne, und das sind die Maronen. Ja, hier war schon jemand oder etwas dran. Scheint also zumindestens für manche Spezies essbar zu sein. Vielleicht sind es diese Halimasch. Keine Ahnung. Immer wieder schön anzusehen und faszinierend. Auch schön anzusehen und faszinierend. Die Damen, die sind jetzt auch noch ganz emsig und fleißig und bereiten sich auf ihren Winterschlaf vor. Ja, oder auf die Winterruhe. Letzte Sonnenstrahlen genießen. Und dann bis zum Frühling. Und dann bis zum Frühling. Wie Du tüt Millennium Quiet bis zum Frühling. Vielen Dank. Ja, vielleicht ist es sogar eine Delikatesse, ich habe keine Ahnung, aber was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, heißt es doch. Na, das kennt der Bauer und dann frisst er es auch. Oh, naja, komm, ein kleines Vorlein, darfst du am Stamm weiterlutschen? Na ja, schaut dir mal gar nicht so schlecht aus. Dann gibt es heute schon mal einen Pilz oder einen Pilz, je nachdem. Tja, Hallimarsch oder vielleicht mein letzter Pilz, keine Ahnung. Ja, das ist das Problem, dass es die letzten Tage doch ziemlich stark geregnet hat die ganze Zeit. Und deswegen sind hier doch auch sehr viele verschimmelte Pilze, welcher Art auch immer, aufzufinden. Da war einfach zu viel Feuchtigkeit unterwegs. Ein Eldorado-Vermögen. Hier könnt ihr mal in den Kommentaren. unten reinschreiben, was das für Pilze sind, vielleicht weiß es der ein oder andere auch. Würde mich mal interessieren, was hier alles rumwächst. Ähm, wie manche vielleicht sagen, mein Gott, das lasst du euch stehen. Das sieht toll aus. Tja, Hallimarsch, Stern ein, keine Ahnung. Tja, Hallimarsch, Stern ein richtig schönes Teiltest. Es ist doch nochmal richtig schön warm geworden nach dem langen Regen die letzte Zeit. Und, ähm, ne, da war nichts. Nicht, dass mir ein Pilz abhaut. Und, ja, man kommt doch ein bisschen ins Schwitzen. Aber, saufi, dann schwitzi, saufi, nicht schwitzi, ja, also saufi. Prost! Ja, bin ja gespannt, was sich noch alles bietet hier an Maronen. Bald gibt's Maroni, die sind auch lecker, aber die wachsen nicht am Boden, die fallen vom Baum. Nur leider bei uns hier nur Kastanien, Maronis, noch keine entdeckt. Das Video hier im Übrigen, ähm, versuche ich möglichst zeitnah einzustellen. Es folgen noch ein paar aus meinem heilischen Waldurlaub. Die kommen so nach und nach. Die kommen so nach und nach und nach. Die kommen so nach und nach. Die kommen so nach. Die kommen so nach. Musik Aber die Ausbeute ist heute nicht mehr so wie vor einer Woche, ist wahrscheinlich einfach schon zu spät. Musik Ja. Musik Musik Ja, die Ausbeute war halt jetzt nicht so der Hit. Ich lasse das auf jeden Fall sowieso nochmal von jemandem anschauen, der sich auskennt. Denn bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe auch ein paar Steinpilze gefunden. Oder es sind maronen, die einfach dunkler sind. Keine Ahnung. Also da lasse ich mich auf jeden Fall nochmal beraten. Denn der letzte Pilz schmeckt sicherlich auch. Aber wie gesagt, kenne mich einfach zu wenig aus. Ja, ansonsten mache ich mich jetzt wieder auf den Heimweg. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, servus. Ciao, servus. Ciao, servus. Ciao, servus. Ciao, servus. Ciao, servus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020